Moin moin und servus meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen zu einer neuen Folge TTT und mit dabei sind Jojo Henjo Freak Henki Der Fuchs Raid Hallo Der Hase Reafer Mit seiner Waffe Reafer Sirex Komm mit Ich würd's ja sagen, du darfst gar nicht reden Ich hab keine Waffe, weil ich die Anzahl gemacht hab Unfair Von daher Ich hab eigentlich damit gerechnet, dass du mich gleich von hinten erschießt Raid, guck mal Lass mal, ist hier rechts was? Hier, Raid Okay Abrutt Ich nehm's auch kant an Alles klar Dankeschön ा Hase! Beuern wie was weiß ich Was denn? Oh man ey diese scheiß Maus Jetzt kommst du wieder hoch So Cyrax! Oh 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 Frick Frick Let's go Frick ich bin hinter dir Frick Let's go Hast hier unser ausräuchert Dahinten ist auf jeden Fall Hase gewesen Den hab ich im Verdacht Oh 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 So ich bin hier allein da oben Bugs Reeper NEIN Marinus ist Proven Ja Proven Der Date ist tot Hast du ein Defi dabei gehabt? Achso Du bist da tot Weeper Ich find's aber auch irgendwie komisch Dass ich hier Raid ist auch ok Raid ist soweit auch ok I want this guy Was 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 ist hier passiert? Der ist alles schick Jojo Bis auf dich Wieso mich? Weee 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 Ich kann Identity Hits Oh ja Jaja Jojo Oh ja Ja Jojo Ich hab's gewusst Fuck Ich versteh das Ding nicht Ich versteh das Ding nicht Das ist so Wie zum Teufel? Ich versteh's einfach nicht Ja ich versteh das Ding nicht Wieso bekomm ich den ab? Mach nicht Wer war's Jojo? Egal wo ich ihn hinwerfe Immer entstehen Flammen direkt vorn Ich hätte nicht vorher gemacht sollen Ich weiß warum ne? Oh man Aber das war doof Wie hätt ich mich wenigstens ne neue Waffe holen lassen können? Alter Das kommt Cyrax Ich will schießen und hab keine Munition mehr Egal Egal Wurzfrau in Garkas Er kommt halt auch einmal in Cyrax entgegen und ich wusste schon von Anfang an, dass er so doof war Wer auch immer da gesprüht hat, der macht das bitte nächste Runde nicht mehr, ok? Wieso? Was ist das für Spray? Ja bitte nicht Wieso denn? Es gibt Kinder hier Das ist äh nicht sehr äh ja Ja meine Güte Spray ist an deinem Zug oder so, da wird es dann äh weg Dann passt es wenigstens Ah Oh Gott Oh Gleich mal Gerüchte verbreiten Die braune Waffe Warte kurz Ich such mal ein neues Spray raus Äh Ich merk jetzt schon Beim Spawn werde ich gekillt, weil ich keine Waffe hab Spawn Oh ich hab eine, perfekt Oh nein Äh 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 Lito Weil du hier mit mir auf mehr ner Plattform hocks Warte, warte nicht töten Ah Ist schon in der Wur Es geht um Tifi Ey 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 Na Wer, wer ist hier erschossen worden? Dete Da ist jemand erschossen worden Nein, Raid Fuchs Oh nein Von der Seite Ey Reap, was soll denn das? Von der Seite, ich hab nur ne Pistole Ja, du bist der Einzige, weil die Leichter Wo bist du? Nein, das ist Ich hab nur ne Pistole 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 Hol den Dete Ja Puchs hab ich hier gesehen Ich hab ihn geholt Ja, er hat mich angeschossen Ich hab keine Waffe außer die Pistole Ja, und ich wurde vom Dete ohne Grund angeballert Ja, weil er dich nur gesehen hat und die beiden Leichen Genauso wie du und mich und mich angeholt Also, Tidex, geh nicht weg Hey! Guckst du die Gruppe so an? Was ist denn hier los? Traitor identifiziert, Traitor tot Traitor wieder Alarm red, ja DNA identifizierte ihn, soo Jawoll Oh Aber er schießt Ey, was soll denn da? Ich hab doch nicht mal auf jemanden Scheiße Ja, er hat zweimal jetzt in meine Richtung geballert gehabt Wer hat jetzt auf ihn geschossen? Ich hab auf ihn geschossen Ich bin wahrscheinlich der, der ihn gekriegt hat Oh Ich hab's gehört Ich hab's gehört Ich hab's gehört Ich dachte mir nur schon Geil Geil Ich hab nur klick 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 Ja, ich hab's gesehen, ey Du weißt, wie so mönchung Siehst du und grüß dich was passiert Klick 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 Heute nicht. Hallo, Hase. Ist hier einer auf Karum? Wer ist es? Äh, Henki. Henki, mal wieder. Oh nein, der Neue ist der. Der Neue, dankeschön. Der Neue. Er hat auch das Neue sagen können. Die Neue. Ich hab nichts verpasst. Oh, was ist denn hier los? Sieht ja cool hier aus. Hä, was? Ich hab nichts verpasst, oder? Doch. Zyrex, warum willst du wirklich Waffe wechseln? Jojo. Ich darf so abwechseln, wie ich will. Guck. Zack, zack, zack. Und zack, und zack. Die Sieben überspringen. Und zack, und zack, und zack. Wolltest du deine Traitor-Waffe lasen? Ja, die Sieben hab ich übersprungen. Die Sieben hab ich übersprungen. Guck. Zyrex ist Traitor. Und zack, 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 zack. Das ist fast ein Einzelgewor... Du hast keine gewor... Du hast keine gewor... Das war natürlich so... Ich schwör auf Gott, das war Raid. Ich hab's genau gesehen, das war Raid. Was? Nein. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich steh hier doch nur. Alter, ich steh hier doch nur. Ich hab nichts gemacht. Hanky oder Raid? Hanky oder Raid? Alter, ich steh hier doch nur. Ich hab meine noch. Hier, soll ich sie werfen? Ich hab meine noch. Okay, dann war's nur noch. Hanky. 100%. Wenn du mich jetzt verdächtig nimmst... Das darfst du nicht einwerfen, oh, das ist kein Weißgrund. Warum darf ich nicht? Das ist eben auf unsere Richtung, also zumindest auf uns gerichtet gewesen. Da sollte es ja auch sein. Ja. Er ist Traitor. Traitor. Welch Traitor würde ich keinen Incy schmeißen, sondern eine... Ich weiß grad nicht wie die heißt. Maulotov. Ja, genau. Darf ich also auch einen Incy schmeißen? Incy! Achtung. Nein, 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 nein. Dieks am Team, dieks. Dieks am Team, dieks am Team. Geh weg! Ah, geh doch weg! Geh doch weg. Nein, wir sterben zusammen. Ah, geh doch weg! Oh, oh, oh! Was ist der? Hey, was schießt am Team? Aua! Aua. Oh, shit! Leute, hassen, ranger. Ahsen, warum, warum? Der Täter hat mich gekillt! Also ich wusste, die Jenga von euch beiden hat sie geschmissen, also hab ich einfach drauf losgeschossen. ich habe die ganze zeit auf dem flieg geschossen weil ich habe geflüchtigt sehen wie der mole geworfen hat dann ich habe auf dich geschossen dass das kann ich bestätigen weil er stand nämlich zu dem zeitpunkt hinter dir und dass ich hier vor mir stand plötzlich habe ich von 69 auf 55 schaden bekommen du hast die mehrzüge vom freak woher soll ich das wissen ich habe einen schuss ich will noch mal zurück ich will noch mal zurück danke aber er sagt ja er hat gesehen wie du die geschmissen hast so farse hänky ist nicht mehr drin aus seiner knarre hänky da sind also hier zurück ich kann nicht sagen ich mag sowas nicht ich bin damit schlecht ja aber besser als Karte der Treppe ist was hallo grüßt ha 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 Na wo seid ihr Tyrex was ist denn los mit deiner Hallo mit deiner Blickweite ist ihr auf null eingestellt oder Until cm wie sieste mich nicht weil ich neben dir flieg Fine einer hall larmony d chains Other Was ich어중 das gar nicht gesagt. Du warst von dem raum drin oder etwas Du bist crear an regelverläufe war lass dann Oh ich hast mich geschossen, also bin ich ehrlich ich habe keine ahnung wie das ding funktioniert ich habe eigentlich gegaut je Tiere Da ist ein Aufzug Ja hier drüben gibt's aber auch noch was Ja das sind zwei, du kannst auf beiden Seiten kannst du einen rein stupfen Ja, Aufzug, knapp nach oben Ja ok, dann brauche ich einen Vergleichsmaterial Hase, geh in den Raum da bitte rein Auch, lord, hier ist der Turret Hallo, okay, wer auch immer da drin ist Moment, da draußen ist was geschossen, das ist immer fast wichtig Hier ist der Turret, Leute, Leute Hier drüben ist der Turret Kerst runter Jemand hat draußen geschossen Jemand hat draußen geschossen Es ist mir lieber als Kuscheln mit dir Hallo, Leute, draußen hat jemand geschossen Hallo, Leute, geht mal raus Machen wir den Zimmer, tut mir leid Was so, draußen sterben sie und so, aber, ne? Oh, Mr. Turret, guck, 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 guck Da, guck Turret, ich hör'n Turret Wo, oh, Turret wo? Oh, ah, scheiße Oh, ich sehe Turret Kann man den kaputt machen? Ah, der, 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 der Und der Hase, der Hase, Hase, ist es Hase, ist es Hase Warte, warte, warte Nicht, 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 nicht Au Au Die Tautsch ist immer noch Die hat drüber getötet Nein Oh, man Kann mir mal jemand helfen, die Taut kaputt zu machen, bitte Alter Ja Ja, tut mir leid, aber Angst Wie sagst du Angst? Die Tautsch spinnt echt, Mann Boah, jojo Geh weg Ich vertraue ihr gar keinem mehr Geht weg, alle Samt Ja, hilf doch mal der Turret, Mann Ist mir doch egal Geh weg Wie ist die ganze Der, der, der Trader ist da drin Das ist mir egal Na gut Ich hab Zeit, ich kann mich verstecken, mein Trader Du nicht Ja, dann, dann mach das Okay, aber Ich hab auch Zeit Nach 2 Minuten 14 plus deine Overtime Ah, du bist Du bist echt zu doof zum Wider Ja Ja Vor mich steht fettes Error Und hat mich mit einem fetten Error getötet Scheiße, aber wie er echt, wie er echt ernst geworden ist So nein Und so Am Verweigern wir nichts Ich hab mein Bestes gegeben Und nicht Verdacht zu erzeugen Boah, das ist echt Verlobendes Missstellen Ich hab mich selbst eingestellt Aber das kam echt gut rüber Rippo ging rein, wollte helfen Oh Das ist echt kaputt, Mann Das geht doch nicht Das ist ja recht, okay Lichtschwert Du kannst dir, du kannst dir Ja, du kannst dir umschubsen Mit Magneto-Stick oder Lichtschwert, je nachdem Achso Ja, du brauchst das Lichtschwert oder Magneto-Stick dafür Sonst geht das nicht Der Rippo wollte jetzt unbedingt mit dem Lichtschwert kaputt machen Oder Mageto-Stick, was auch immer das war Echt gut Bläsi denn, Bläsi Siehst echt lustig aus, Madius Komm, kümmern wir das, campen wir hier nicht Ach man, jetzt wollte ich hier gerade kuscheln anfangen Okay, gehen wir bitte rein Okay Mein Aufzug Nein, du kommst hier nicht hin Warte, warte Ja, super, danke Okay Warte jetzt potenzieller Traitor sein könnte Das gewinnt Jojo war inno Oh, 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 oh Freak, Freak, was machst du da? Oh, da ist ein nächster Cyrax war auch inno Wir sind Jojo jetzt schon wieder tot Läu, Freak, was ist denn das? Ich hab keine Ahnung Geht das Ding aus? Cyrax tot, Jojo tot Also nur als Info Ich hab die nicht gekillt Die sind durch Fallschande gefordert Das heißt, das würde ich jetzt auch sagen WTF Vielleicht springt hier ja noch jemand runter Da oben sind sie Staffeln, oder? Drück du mal bitte Marios Marinos mit N Marinos mit N What the fuck Oh Cool Das ist eigentlich Detektiv Hast du den schon? Warte, ich komm, ich komm, ich komm Ich bin hinter dir Hast du den schon gesehen? Oh, was ist denn hier? Oh Ah, cool Oh Wir sind sehr dunkel Also, der Freak hat vorhin mit mir schon in dem Raum hier rumgespielt Hallo 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 Was ist das hier? Hm Du hast Jojo's Identität geklaut, okay Also bist du die Rechte? Nein, da wo du auf mich geschossen hast, da in der Runde Reeper schieß, Reeper schieß Reeper strata, okay Aber geil, Mist Ich war grad bei Marinos hier, der kann gar nicht auf dich geschossen haben What? Stimmt, ja This is the Freak Ich glaub's auch Nein, ich geh gleich durch, danke Nein! Oh, Mist Das krieg ich schon hin Das krieg ich hin Also, wenn du mir das nächste Mal entgegenkommst, ne Gibst du dir aber ein bisschen Kaffee aus Du, ey, komm's mit, dann können wir das gerne machen Wann? Ich hab auch so'n ganz tollen Kuschelraum Hier ist jemand getarnt Ich glaub der Fuchs Wo ist denn hier? Geht noch Reeper ist tot Darf ich durch? What? Wo war'n, wo war'n Reeper zuletzt? Der ist doch Terraro, oder? Äh, welches Mal dort wo Mario steht Was? Da lang? Ich glaube es, bin mir auch nicht sicher Da war auch der Fuchs zuletzt in der Position Oder es kann auch dahinter gegangen sein Ich weiß nicht mehr Eine von den beiden Türen Ähm, also Reeper ist Traitor Reeper ist Traitor? Ich weiß nicht, oder warum jagt ihr den so? Hier, 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 hier Hier, 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 hier Ich hab so'n lustiges Gefühl Wir leben eigentlich noch Ich glaub ich bin der einzigste Und andere sind nur noch Traitor da Heißt, ich könnte eigentlich jeden töten Weiß nicht Lauf nur weiter, Henkel, lauf nur weiter Weiß nicht Lauf nur weiter Ah! Lauf weiter Lauf weiter Das hab' ich gesagt Die Stimme aus dem Jenseits sagt Derjenige, der das Cloaking-Device anhat Muss alle 30 Sekunden auf die linke Maustaste drücken Ich weiß, dass du da bist Oh, oh, das Klicken, das Klicken, das Klicken, das gefällt mir Ach, fein Ich brauche mich Hahahaha Warum kiezt du mich? Hahahaha Viel, vier Leben Hab' ich noch, vier Leben Das Klicken Fuss, bitte dran denken Linke Maustaste zu gut tun mit dem Cloaking Ach so, das wusste ich nicht, das wusste ich, das wusste ich nicht Alle 30 Sekunden musst du das machen Dann ist die weg, oder was? Nein, das Teil ist einfach zu OP Du bist permanent unsichtbar Du kannst dich komplett unsichtbar durch die Karte bewegen Ohne dass ich... Ich hab mir ja auch noch zusätzlichen Disguise angeholt Alter, damit dein Name weg ist Naja, deswegen Das Teil ist einfach viel zu OP Deswegen Wenn ich den Disguise weglasse Und mein Mann einen Namen sehen kann Nö, musst du trotzdem Musst du trotzdem Okay Weiß nicht mehr Ja Sowieso wie Deathbringer Am besten Und zum Thema, der Kill war nicht nett Ich hab dir drei Mal gesagt, dass es was weiterlaufen Ich geh nie wieder zum Lift, Alter Und du bist kein Detektor Und du hast selber gesagt, du schießt alles was du siehst Weil du das Kino ist alles an der Sektuator Weil hier meine Waffen drin sind Ich hab aber nicht geschossen Du hast nicht, aber du hättest können Alle meine Waffen weg mir Wär ich Traitor gewesen wärst du schneller tot, als du mich gekillt hättest Lauf, Fuxi Lauf, Fuxi Peng 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 Ich will mich mal töten Ich bin Traitor Äh Jojo, bist du gerade im Shop? Was ist da so ein grüner roter Knopf, eigentlich so ein Raum? Äh, wer sind da noch? Äh, Reaper ist unsichtbar Oh, war ja wo, wo war grad beim Thema war What the fuck? Mitte, Mitte, Mitte um ist ja das rot das war ein mädchen also was gibt hier wie power trader dadurch sucht mal die leiche der war in mach mal call date zum reaper bitte jetzt mache ich die betreffend er macht ihr macht ihr der europa der europa der kamen in den starten genau ich habe ich habe die geholfen ein verdacht weniger du musst jemand verdanken nur mit dem schweizer bünstler wenn ich kann es auch so eine wache untersuchen die vom reaper vertreten aber jemand also er muss dann sein zurückgeklaut haben vielleicht nicht aber ganz kurz wer hat die Insel geworfen? Ich weiß es nicht, ich hab den Cloaking geweiht. Eki ist unsichtbar. Nein, ich hab's geklaut. Raid, du hast den erschossen, oder was? Du hast wen erschossen. Ah ne, der Mario. Hört mir mal kurz wer zu. Der Jojo stand hier drinnen. Ich kam rein, dann stand da die ganze Zeit regungslos da, dann hat er plötzlich das Lichtfett in der Hand, und dann hat er auf Kahn gemacht, und jetzt ist er da drin. Okay, dann ist der Jojo. Warte, ich such ihn, ich such ihn, ich werd unsichtbar um such ihn. Alter, hier! Hä? Er ist hochgegangen. Ich hab Angst, Leute, lass mich alleine. Leute, haß es hinter mir. Vorsicht, ich bin's gleich vor euch. Was? Scheiße. Ich versteh das schlecht ding nicht. Zum Glück hab ich's doch erkannt, Alter. Gegen drei. Ey Jojo, du warst im Trader-Shop als ich dich erwischt hab, ne? Ich hab meine Mausempfindlichkeit eingestellt. Ja. Oh Gott. Danach bin ich in den Shop gegangen. Aber ich versteh das komische Cloaking, die weiß es ja nicht. Auf voll scheiße, ich renne da draußen auf einmal drauf, Mario. Echtes Klicken? Bist du unsichtbar. Ja, und dann, sobald ich die Waffe wechsel, bin ich wieder sichtbar. Wie rennst du bitte mit einer Waffe unsichtbar rum? Nein, bist du nicht. Das ist jetzt so ein blaues... Ach, falsch blaues. Ein gutes Symbol, wo ID draufsteht. Das ist auch das Cloaking-Device. Das ist das, was dich permanent unsichtbar macht. Doch, doch. Und was hatte ich dann? Ich hatte das, was nicht unsichtbar macht? Doch, doch, das war sich auch unsichtbar. Ey, was hatte er denn? Er hatte das Cloaking-Device. Das musst du aktiv halten, um unsichtbar zu sein. Das andere kannst du aktivieren, wegpacken, und dann musst du es halt alle 30 Sekunden klicken. Reicht aber trotzdem, um damit in der Ecke stehen zu bleiben. Um dann... ...sichtbar zu werden und Freak zu töten. Oh, 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 oh. Nancy, sorry. Obwohl, um Freak zu töten, reicht eigentlich alles. Geht doch. Was? Oh, nein! Wow! Geil. Na, Reaper? Brake! 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 Raid is! Raid is! Raid is! Wer schafft das länger hier drin zu stehen? Wer schafft das länger hier drin zu stehen? Raid hat ihn wahrscheinlich auch. Das kann doch nicht wahr sein. LOL Raid war's. Nein, nein, ich will runter! Oh Mann! Glückwunsch! Fuchsie ist in dem Verproven. Nein, nein! Wir sind unsichtbarer! Reepa! Oh mein Gott! Nein, wieso sprichst du runter? Hallo, ich hab Raid mit der Pisse zwei Kopfschüsse gemacht und er war doof. Marien ist runtergesprungen. Ich weiß, aber du hast rufen. Warte, ich mach's dir hoch. Ich sag das doch. Warum? Ich kann nicht mit Fahrstuhl nicht hochfahren. Mach ich schon. Scheiße. Bleib mal unten kurz bei der Leiche. Warum ist er unsichtbar? Warum ist er unsichtbar? Warte einfach hier. Einfach hier warten. Darf ich ihn töten? Ja, töt ihn. Ah! Ah! Wie hast du mich jetzt gesehen, bitte? Man sieht so einen Stock in deiner Hand. Was auch immer du in der Hand hattest. So ein Holzstock oder was es auch war. Lass mich doch vom Auto. Ihr habt mich echt allesamt. Stört ihr mich bei irgendwelchen Aktionen? Das kostet mich immer an. Weißt du, ich versteck mich da drin. Geh ins Glocke. Der den Disguyser aktiviert und dann geht die Tür auf. Die Tyrant sind gerne vorbei. Danach rülle ich. Reaper ist unsichtbar. Das interessiert dich gar nicht. Ich hab das nicht gehört, sorry. Ich hab nur gehört, Kao ist irgendwas. Reaper oder so. Keine Ahnung. Dann war ich am Fahrstuhl und hab damit gespielt. Und hab dann irgendwie Mauritius runterspringen sehen. Warum? Ich wollte nur aussteigen. Nur aussteigen. Ich hab grad mal Mauritius gesagt. Ich hab grad mal Mauritius. Ich hab grad mal Mauritius. Marino. Bei wieviel Minuten sind wir jetzt? Bei 25. Eine Runde. Oder zwei. Kommt auf alle, wie schnell die Trader sind. Wer hier am schnellsten ist, gewinnt. Oh, ich bin Eno. Was denn? Ja, super. Gebt mir irgendwie auf den T-T. Ich hab dir gut gemacht. Ich bin hier raus. Leute, hier ist der Turret. Leute, könnt ihr mir kurz helfen, die Gapazze machen? Der Reaper hat auf den T-T geschossen. Gebrundet. Hey, wieder mit deiner Turret. Könnt ihr mir helfen? Helft ihm nicht. Wo ist T-Rex? Wo ist T-Rex? Ich will ihn erschießen, bitte. Wo ist T-Rex? Das war nur Spaß. Ich hab mich nicht passiert. Egal, nein. T-Rex wird gleich erschossen. Warum? Ihr schießt einfach nicht in Blut. Ich hab nur Spaß gemacht. Hallo? Nein, nein. Da lag gerade eine blöde Flash hier. Irgendwer blutig noch hier voll. Ja, ich war's. Einfach eine Flashbang. Nein, das ist der Turret. Mach sie kaputt. Oh, Mann. Also, ich vermute Reborn funktioniert. Das glaub ich allerdings wenigen an. Geh dem Fried, der hat eine Vermutung aufgestellt. Geh doch mal rein. Geh doch mal rein. Geh doch mal rein. Was hab ich? Du hast eine Vermutung aufgestellt, killt den. Keine Waffe. Pass bitte, T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Bei dir ist doch immer irgendwas unsichtbar. Bei dir ist doch immer irgendwas unsichtbar. Schießt du einfach mal irgendwas um? Ne, dann wird man hier wieder von Reaper getötet. Oh, oh, oh. Mal gucken, wie das kann herkommen. Reaper ist doch da. Reaper ist doch sofort da. Doch, doch, ich bin doch da. Reaper kommt dann auch so. Aber wo seid ihr denn hier? Ich bin jetzt an den beiden Fahrstühlen. Ich bin bei Cyrax. Ich bin bei Hanky an den beiden Fahrstühlen. Nein, du bist nicht bei mir, Reaper. Hey, Jojo, was schießt du auf mich? Ich hab dich nicht mal getroffen. Reaper ist hier wirklich nicht bei Cyrax. Marinos, schießt auf mich. What? Hier ist Reaper. Oh, nein. Vorsicht, irgendeiner der da drin ist hat auf mich geschossen. Das ist nur Marinos, nur Marinos. Ich kann dir sogar meine Waffe geben. Ich hab keinen einzigen Schuss mehr. Ja, ja, berühmte Shotgun dahin. Das ist okay. Freue ich mich, schaffe ich endlich eine Waffe. Sicher das ist eine Waffe. Ich höre Schritze. Der drüben Schritze. Äh, Reaper? Ja, ich hab ne Waffe. Der, der hier reinkommt ist tot, okay? Hey? Hast du das gerade gesehen? Äh, nein? Äh. Ich hab meine Shotgun auch grad weggeworfen, aber das hat genau gepasst. Wo du meintest, werft da ruhig den Shotgun hin? Äh. Aua. Aua. Wo kam denn da jetzt angeflogen? Pistole? Pistole? Komm, ihr presser. Das wäre auch immer hier in meinem Büroraum rein. Kommt das tot. Der Fuchs kommt mir komisch vor. Hanky? Ja. Da wirft einer Pistole durch die Gegend. Hilf's da oben. Äh, mit ner Aufzug gucken. Wow. Ja, okay. Gegen so viele kann ich jetzt auch nicht kämpfen. Schieß die Ojo einfach mal. Mann, ich hab gesagt wer hier reinkommt ist tot. Eheheheh, bist du? Ist doch nur hier. Ist doch nur hier. Ist doch nur gleich rein. Hat dich mal getroffen dabei. Tostütti! Eaaaaahhhh. Hahaha. Eskalation. It's see! Hey, Rai schieß wirklich auf mich. Lol. Wer hat auf ihn jetzt geschossen? Ja, weil auf mich geschossen wurde. Und... Warum?! Waaah! NICE! Steirart, Dick! Steirart, Dick! Loil! Alles drei waren Innos! Ach da, ich will raus! Also Denki, du bist ja toll. Ähm, warum hast du gefragt? Ähm, weil ich dich gesehen hab, wie du den da schießt. Achso! Achso, Dieter ist noch am Leben, oder was? Ja, ja, der Dieter noch am Leben! Ja, hier, hier, Punkte, hier, schnell, Punkte! Heiße sammeln, Punkte! Oh, 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 oh! Ja, ich mach hier auch mal hier! Was denn? Ich bin schon wieder weg! Ripper, geh bitte raus! Geh bitte raus! Du brauchst keine Warnung zu haben, ich hab die alle erschossen! Geh bitte raus! Geh, Alter! Ja eben, du hast, als Inno hast du die gekillt, ne? Ja, hier, hier... Au! Kommt hier raus! Nein, ich muss nachladen! Noooooo hooooop! Nope! � exotic! Gibt's nicht! Und nicht, Videokeinne zweite Chance! Nein, gibt's einfach nicht! Ich mag echt alle getötet, es wird nicht sagen! Gib, es ist einfach teilt! Warum hast du die Jax einfach getötet? Ei, das war aber okay, jetzt kann ich nachladen! Julio knallt Freak ab! Ich hab's nicht geschossen, ja. Ich hab so'n Brainfuck gerade. Aber richtig'n Brainfuck. Ja, aber Hank. Thank you. Ich hab auch nichts mehr gecheckt. Wir beide schauen ihn an. Okay, was machen wir jetzt? 49 Punkte. 26. Ich probier's jetzt auf dieser Lab nur einmal Traitor. Fuchs, okay, wir müssen noch Fuchs stürzen. Ich auch, glaub ich, einmal Traitor. Fuchs, 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 Fuchs! Wo bist du? Oh Gott, ich hab meinen eigenen Eingang zuge... Zu geinzieht? Ja. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Und wieder innocent. Ja. Oh mann. Ist da drin, wach. Und wegen Ray ist auch mein Karma am Arzt. Die ganze Zeit schießt du einen Sinn nur auf andere. Weil auf mich geschossen wurde. Ach, der ist die geschmossen, geschmossen, geschmissen. Nein. Er ist da drin, er ist da drin wo ich hinschieße. Er ist ja auf mich geschmissen. Auf mich. Ich hab nur den Ziel ausgeworfen. Ich hab bei der Meinung, du hast die auf mich geworfen. Grüß dich. Ja, ich komm ja nicht mehr da aus. Ich komm ja nicht mehr da aus. Hey, äh, Marien, 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 der ist unsichtbar. Maria ist sie. Ja, Marienus mein ich, der ist unsichtbar. Ach, da hinten. Unsichtbar? Ja, wie, ich hab nur ne Pistole, ich kann die nicht kühlen. Ich hab auch nur ne Pistole. Ich seh ihn nicht. Ich hör nur Schösser. Siehst du auf mich? Hey, ich seh ihn doch. Da steh er doch direkt vor uns, Marienus. Ach, schön. Hey, warum werde ich jetzt auf mich geschossen, die ganze... Was? Was? Hä? Achtung, Entsitzungssicherheit, Selbstverteidigung. Ja, danke. Oh, ich schüsse. Ah, wo bin ich komisch? Was ist jetzt überhaupt? Was ist immer mein einziges Storben hier, oder? Ja, Marienus, der war immer, aber als er unsichtbar war, stand dann sein Name. Wo da ist es? Oh, hey, ich hab den gekillt davon. Ah, so, okay, so. Sag mal, bist du behindert im Kopf? Nein, Schweizer. Toll, verkackt. Was ist das zu meiner Sicherheit? Hätte ich gleich gecheckt, hättest du auf mich geschossen, best Traitor. Mein Traitor ist ja wenigstens schon tot. Ich kenn dich, Hasse. Könnt euch von mir aus fighten, ich hau nicht hin. Hasse und ich sind Brew... Mann, Fuchs, das willst du die ganze Zeit von mir. Das heißt, wenn wir... Wenn Raid noch da ist, Raid der einzige ist, ist es Raid. Wenn Fuchs vom Schieße vielleicht auf dich hin, wenn man keine herrennt. Hey, Raid, du kommst jetzt nicht in den Raum rein, sonst bist du tot. Bleib da, wo du bist. Freak hatte Punkte gehabt. Gibt mir nur einen Grund, um nicht auf dich zu schießen. Freak? Freak? Ja? Hat er Punkte gehabt? Nein. Oh! 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 Ich hab dich nicht mit. Ah! 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 Weil du den Inno in deinem DNA ist, dein Blatt drin hast. Stimmt, in einerseits. Wieso machst du das? Jetzt hat er der Hase gemacht. Er hat ihn gekillt. Ja, das Scheißding funktioniert eh nicht. Ihr könnt da am Schatten, die ihr euch kippen mögen. Ich lieb das Ding, Alter. Einmal links liegt er auch mal an. Ding! Jetzt leuchtet er. Zack, da ist ein Kinn dabei. Er lebt den eigentlich alles nur. Was mit Cyrex? Was mit Raid? Was mit den Hasen? Er hat ihn lieber gekillt. Ich hab ihn gekillt und ich bin Inno. Er ist Inno. Er war Inno. Was? Warum habt ihr euch gegenseitig gefeiert? Inno. Er ist inno, so Idiot. So, dann könnt ihr von mir aus den Raid töten. Wieso? Ja, wo ist der? Wo ist der? Ich lieg als Einziger nur noch. Was ist denn? Was ist denn? Wo ist der? Wo ist der? Mach dir einer voll schuldig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.